Als ich noch ein Kind war, am Rande der Galaxie, hörte ich Geschichten über einen Mann, der die Zukunft vorhersagen konnte. Aber was es wirklich damit auf sich hatte, blieb mir jahrelang verborgen. Bis sie zu meiner Geschichte wurden. Bis die Geschichte zur einzigen wurde. Du bist vertraut mit meiner Arbeit, der Psychohistorie? Jeder Mathematiker kennt ihre Theorie. Das ist keine Theorie. Sie ist das Schicksal der menschlichen Rasse, ausgedrückt in Zahlen. Und das Imperium mag die Zukunft nicht, die ich vorhersehe. Die Geschichte ist randvoll mit Scharlatanen und falschen Propheten. Wir sollten sie töten. Wir könnten den Mann hinrichten, aber was ist mit der Bewegung, Bruder? Märtyrer neigen zu einer langen Halbwertszeit. Seine Berechnungen stimmen. Das Imperium geht unter. Kriege werden endlos werden. Tausende Welten werden zu Asche verglühen. Veränderung ist beängstigend. Vor allem für die, die an der Macht sind. Aber wir können den Sturz ein wenig abfangen. Also was ist der Plan? Wenn sich die Menschheit irgendwann in vielen Jahren wieder aus der Asche erheben soll, brauchen die kommenden Generationen ein Wissen, auf dem sie aufbauen können. Eine Foundation. Wir können nur die wichtigsten Bestandteile der Zivilisation bewahren. Wir schließen, was in Erinnerung bleibt. Und was vergessen wird. Wir starren jetzt in die Mündung einer Krise. Das hier ist der Plan. Jetzt kehren wir nicht mehr um. Das hier ist der Plan. Oh, es muss mehr um. Oh, es muss mehr um. Am principsten, dass das completaijke20. Gemeinschaft fucked. Untertitelung des ZDF, 2020